Bei teils widrigen Wetterbedingungen ist am Sonntag im Blitzhäuser Schönbuchstadion das hochkarätig besetzte 27. internationale Läufermeeting des LV Blitzhausen über die Bühne gegangen. Rund 600 Athleten aus 16 Nationen trotzten den wechselhaften Bedingungen. Rund 1500 Zuschauer sahen trotzdem packende Duelle. So den Erfolg der polnischen EM-Zweiten über 400 Meter Hürden Joanna Linkiewicz über die 300 Meter Distanz vor der Schweizerin Lea Sprunger und der deutschen Meisterin Jackie Baumann aus Tübingen. Ein weiterer Höhepunkt, die 4x100 Meter Staffel der deutschen Unioninnen knackte mit 44,11 Sekunden die EM-Norm. Das Quartett ist jetzt dort der Top-Favorit. Packend auch der erneute Sieg der deutschen Christine Hering über die Schweizer Hallen-Europameisterin Silina Büfel über 600 Meter. Einen ausführlichen Bericht gibt es am kommenden Freitag im Sportmagazin.